Sagen wir mal einfach, wir sind eine Stunde hier die Schlacht hier am machen, am schlagen. Lauft in den Tod. So, finde ich das nett. Wird zwei Schaden in den Tod laufen, okay. Wenn du das meins. Okay. Ich finde es gut, dass man nicht zum Ausruhen gezwungen ist, wenn die Ausdauer auf Wohle läuft, dass man dann ausruhen muss, weil so können die hier halt noch ein bisschen kämpfen. Ich wollte Frankas bzw. Hildas einheitlich noch was sagen. Ich glaube beide wissen nicht, was sie tun sollen, sowohl Frankas als auch Hildas. Bitte treff und mach hier Schluss. Auf die wird draufgegangen. Gehen wir auf die Magier. Du gehst auf die da. So, dann lassen wir es nochmal weiterlaufen. Wir fahren uns aber nicht. Sie sind gekommen, wir sind gerettet. Besser, nein. Ich kann euch gar nicht sagen, wie dankbar wir sind. Selbstverständlich sollten wir uns auf die Feinde vor uns konzentrieren. Ich muss euch erneut um Hilfe bitten. Und die sollt ihr haben, Sair. Wir stehen eurer Hoheit zur Befehls, Sair. Yay. Darf ich die jetzt auch lenken? Oder wie ist das? Ja, darf ich. Dann haut die hier oben drauf. Ist das unsere? Egal. Okay. Äh, nein. Ähm. Wir kriegen halt sehr viel Magiehilfe ab. Deswegen sollten auch die Magie zuerst besiegt werden. Ich glaube, einen werden wir besiegen können. Immun gegen Gift, bla bla. So langsam habe ich selbst keine Lust mehr zu sagen. Aber es kommen so viele Giftgegner, also das ist ja unnormal. Ja, jetzt können wir ihn leider nicht besiegen. Aber egal. Das wissen wir. Äh. Cool. Enriques Einheit steht ganz dort in der Gegend rum. Äh. Geht die wieder mal. Damit die hier nicht uns unser Zeug klauen. Wir kriegen ein bisschen Fernkampfhilfe ab. Ich würde sogar sagen, dass wir Gaima kurz heilen. Das tut weh. Das tut aber auch weh. Ich sollte Mordor auch mal heilen, aber naja. Mach die Beine weg, danke. Wie gesagt, ich sollte Mordor auch mal heilen. Damit das erstmal ihr aufhört. Geht da mal rein. Okay. Ansonsten habe ich jedem gesagt, was sie machen sollen. Ja. Ihr könnt. Könnt ihr da mal abfangen. Ja, ich lasse Josephs was machen, weil die kriegen weniger Schaden. Jetzt wird geheilt, glaube ich. Aber gar nicht. Gar nicht. Äh. Den haben wir mal hier aufhören. Oder, weißt du was? Geh in die Ruine. Dann lassen wir hier, dass wir ein bisschen weiterlaufen. Glyphs Einheit wird weniger Schaden kriegen. Aus Gründen, die ich nicht verstehe. Ich dachte, die Josephs Einheit wird gewinnen. Hatte ich irgendwie im Kopf gehabt. Aber anscheinend er doch nicht. Ich hoffe nur, dass Glyphs jetzt überlebt. Besiegen bitte. Ach, scheiße. Die war dann. Gut. Ein Feuerball, Junge. Aber, der ist natürlich nicht gegenbrennen. Ja, nee, ich hatte es halt in dem Moment. Auf einmal. Auf mit deinem Feuerball. Die Verfolgung. Äh, es schüttet er an den Feuer. Flawless. Nichts fliegt tot in den Gaben, aber flawless. Siegt die. Ähm, ihr setzt nochmal Gingstände ein. Ich heil nochmal Clive. Ich glaube, ihr könnt euch ausruhen. Mach euch mal da oben platt. Damit ihr keine Schützenhilfe leisten könnt. Gut. Überrennen. Giftbolzen. Schützerhahn. Ich sollte, ja, ja, auch nach, äh, noch ausrüsten mit etwas, was Gift immun hat. Und Rudrick wahrscheinlich dann auch. Okay. Ja, hauen wir drauf. Bitte ihn. Aber leider nicht. Ich hasse Kleriker. Mh, im Gegner-Team. Okay, Kleriker ist, Klerikerin ist besucht. Giftbringer finde ich nicht so toll. Komm, äh, geil. Mach den mal weg. Oder nicht. Dann muss ich den nur nochmal dran. Dann muss ich mal kurz Pause machen. Ich muss nur mal kurz weg. Ich hoffe, wir kriegen... Ich brachte hier mal so langsam rum. Vielleicht hab ich da Lust mehr. Nicht wegen dem Spiel, sondern... Äh, wenn du so sagst. Äh, das macht keinen Sinn. Geh, du auf den Turm. Du machst die Drachen. Greifst die an. Okay. Erstmal, eure Franker macht gerade nix. Äh. 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 Lass mich wirklich besinnen. Ah, komm. Ne, das ist ne Scheißidee. Kaffee mit Joseph an. Das sind die Magier, ne? Ja, das sind die Magier. Wirklich sind sie. Oh, da kommt Zeit. Ich... Wie gesagt, ich hab keine Lust mehr, deswegen... Wenn nicht so schnell wie möglich den ganzen Quatsch hier. Okay. Und nehmt das hier unten wahrscheinlich gar nicht mehr ein. Äh. Dann hauen wir drauf. Unten. Befehlt. Bitte trefft den Muskal. Ne, jetzt überrennt Mastrino. Okay. Bitte töte sie. Danke. Wenn wir wenigstens irgendwie mal besiegt haben. Okay. Äh. Ja, da hauen wir drauf. War jetzt nicht der Plan, aber egal. Wieso greifst du nicht den an, der fast tot ist? Wie ihm zum Beispiel. Scheiße. So allgemein. So iso im Ding gegen Gift. Ja, bist du nicht. Okay. Bitte sterb mich. Errück. Ich muss euch leider stehen lassen, weil ihr euch nicht ausruhen könnt. Okay, ich lass das dann erstmal hier weiterlaufen. Besser traufen. Wie viel Schaden werden wir kriegen? Ganz schön viel. Dann. Äh. Ich will eigentlich. Nicht hier gar nicht so, sondern ich will Leisers. Ich wollte Leisers Einheit. Auswählen, aber es ging aus irgendeinem Grund nicht. Ich hab mir immer nur die Garnison auswählen können. Und bei der Garnison hätte ich aufstellen können, so wie es aussieht. Mach den mal weg. Okay. Okay, dann lass ich Josef ausruhen. Ihr könnt dann so langsam was raufprügeln. Kranker auch. Äh. Ja. Geht wieder in. Da rein. So. Lass mir das hier erstmal wieder laufen. Das rechte leider nicht, aber... Die greifen trotzdem mal an. Bubla. Ist die Gordula? Eine Magierin oder Sharanu in diesem Fall, die Gordula heißt. Okay. Nehme ich mal so hin. Ist alles nicht dieser Gute, Magwold? Dötte irgendwen. Am besten die Hinterreihe. Ach, ist doch die Scheiße. Mach die... Schlammlein weg. Wie ist das denn, Scheiße? Scheiße. Scheiße. Passivstehen. Der heilt sich jetzt durch Muskelpunkten wahrscheinlich. Ah ne, er hat ja kein Passiv mehr. Passiver Fluch. Okay. War jetzt nicht so geil, aber... Ja, ruht euch... Ihr euch mal aus. Ich bin dein humble Servant. Das macht auch keinen Sinn. Geht auch. Macht auch keinen Sinn. Äh, gleich was wieder. Bereit. Geht. Okay. Das macht keinen Sinn. Dann gleich das Einheit ein bisschen draufkühlen lassen. Ich hasse das. Amahnen sind halt Scheiße und ich hab da irgendwie... ...gerade hier in der Nähe nicht irgendwas Gutes dagegen. Wie darfst du nicht stehen an, der fast tot ist? Okay. Irgendwas runter. Gut. Man fehlt. Bitte. Natürlich nicht. Irgendwie so geil ist das hier alles gerade nicht. Ich finde es gut, dass er nicht den, äh, fast toten besiegt hat. Äh, angegriffen hat. Weil der nur Muskelpumpe eingesetzt hätte. Okay. Mach das sehen, da nochmal drauf zu gehen. Nicht wirklich. Deswegen, äh, halte erst mal ein. Äh, das ist... Überrennen ein. Okay. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wieso kriegen wir hier nichts besiegt? Äh, ich mach mal einen Tunzerstärkung. Sie kriegen ja trotzdem nichts. Ja, wenigstens kriegen die weniger. Huch. Ich bin nicht auf R2 gekommen. Ähm. Ja, sie kriegen keine... Bisschen weniger Leben kriegen sie wieder. Wahrscheinlich können wir eine der... Oder wir fehlen komplett. Ich wollte sagen, eine der Schamanen greift mir an, aber er setzt das Muskelpumpe ein und halt. Das ist einfach. Was wir gerade ihnen da geben. An Schaden. Greif... Äh, nicht Greifleck ist noch dran. Das ist einfach fluch. Was ist das denn, Scheiße? Und jetzt setzt der Muskelpumpe ein und haltet sich da durch und jetzt haben wir eine Niederlage erhalten. Und müssen da direkt nochmal ran, aber wir machen diesmal mehr Schaden. Ist ja alles ne Scheiße. Also hat sich was, dass wir ein bisschen länger laufen, schneller laufen. Weil ich auch schon länger keine Lust mehr habe. Okay, dann greifte ich nochmal Lex an. Der konnte nicht heilen, weil er kein Muskelpumpe bereit hatte. Äh, ja dann reite da nochmal rein, sobald du kannst. Macht das Sinn, dass ihr da noch rein reitet. Ne, nicht wirklich. Ähm... Die Hilfe machen wir an. Und die Hilfe. Okay, nur schon neun Schaden gemacht, aber besser. Neun Schaden als gar kein Schaden. Weg ist sie. Ohne die neun Schaden hätten wir nicht gewonnen. Überhelse sein. Wir sind nicht besiegt. Das war schon hoch. Und Lenken hat sie angesetzt. Bitte besieg sie. Oder... Oh, Schaden. Besieg sie. Besieg sie. Jetzt aber. Weil ich weiß, dass wir gewinnen. Okay. Und jetzt die Heilhilfe hinterher. Abschieb für Mordor. Okay, dann könnt ihr euch ausruhen. Ihr geht weiter auf den Turm drauf. Äh... Ihr geht da kämpfen. Ihr macht aber weiter. Ihr steht da auch in der Gegend rum. Äh, es dauert ein bisschen, bis Franka ankommt. Lass uns mal ein bisschen schneller laufen. Muss mehr gehalt werden. Weil wir haben... Tatjana hier. Die ich... mal einsetzen werde. Ich bin hier noch für... ein schwerer Hieb. Ich bin hier noch für... einen schweren Hieb, Markus, hier einsetzen. Okay. wer gab es jetzt hier an kranker sein halt ich mache meistens der mitsch und bitte down kurz davor ich bin schon entfernt und da sind die schwächel wieder die wenn diesmal nicht entfernt werden leider machen okay ist tot wird sagen er hat noch ein pp hat noch muss wir konnten einsetzen können aber er wurde besiegt wo schwinge bitte flöte beide eigentlich ist der kampf schon vorbei weil der tjana nichts einsetzen kann macht ihr sie platt? nicht wirklich ich lasse es trotzdem mal weiter laufen hier wir machen den kampf zu Ende ich hab keine Lust mehr hab schlechte laune es ist mir leid dass das dann so endet diese aufnahme hier aber ich hab grad Lust mehr und ich muss eigentlich jetzt pausieren aber ich kann nicht pausieren wenn ich nämlich start drücke wird der kampf beendet und das will ich nicht deswegen muss ich mal schnell das schneller machen ich muss mal kurz weg ich muss mal kurz weg oder bin ich wieder ist leider wie Level Up Level Up ja die haben ja alle Level Up bekommen ne für die Sicherheit unserer Menschen ist leider eine Chaosaufnahme hoch der Hinderung vorerst nach der Initiative und Minus 30 für einen einzelnen Gegner könnte ich selvie geben das ist der kampf und für sind die Punkte eigentlich am Ende gut die sagen glaube ich wie viele Medaillen, Kriegskasse und Ruh'n ich bekommen ne werde ich einfach mal behaupten wollen die Fruth Militia hat mein Prinz und es ist völlig dankbar zu dir du hast meine unendliche Gratitude ich entschuldige ich entschuldige mein Herr wir sollten niemals auf die Hände wie so fokus auf die Wounded nicht nötige Entschuldigung es wird Zeit für unsere nächsten Schritte natürlich mein Herr und danke was ist los Lex oder was ist los was ist sie sind abgeholt von dem es ist hier hier in dort sie das ich warte du Leia ich die 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 Dissedanz, um ihre Arme zu schieben. Ist das sicher, Herr? Ich sage, dass sie ein Mitglied von Drachenhold vorab sind, bevor wir unsere Räume zu verhalten. Nicht zu sagen, dass Virginia eher eine Deklaration des Krieges, als eine Zeitreise zu verraten. Ich zeige dir, dass ich Kriege. Aber das Ziel ist, dass sie rechtlich gemacht werden. Sie hat sich ein bisschen gefreut, die Lea, glaube ich. Ich weiß, dass Virginia am Ende gelacht hat, aber dass sie da so viel Vertrauen hat von Alain, meine ich. Und hat sie, glaube ich, gefreut. Das waren ein paar, viele Leute. Das war auch ein kleines, großes Gebiet. 14 Medaillen, Tarnumhang, schwarzer Weiß und Großschild. Kriegt wieder Nachrichten. Boah, ich habe heute... Wie habe ich überhaupt die Aufnahme angefangen? Vereinte Kräfte. Da muss ich ruhen. Guck mir jetzt den Großschild an, dann höre ich die Aufnahme auch, weil ich habe dann Lust mehr. Könnten wir in der feindlichen Schaltkraft drin, die sich barrikadiert hatten? Im Nächsten Früth hat außerdem versichert an unserer Stelle für Ordnungssaison. Sollten Sie es mir überlassen? Äh, ich gehe, wie gesagt, noch mal hier. Erstmal habe ich meinen Start bekommen. Äh, nichts Favorit. Würde das hier machen? Magische, nein, magischer Angriff. Ich habe der Flinkheitszauber auf der Hinderung, okay. Ich lange aus Kanadis hat zwar mehr magischer Angriff, aber ist dann am Ende des Tages auch egal, weil sie ist ja die ganze Schwanin. Und dann gibt es jetzt Tatjana oder Orsch. Nein. Gibt es Tatjana? Oder Jana? Gickungsjäger. Äh, okay, habe ich jetzt so gegeben. Naja, noch der Riesenschild. Oder Großschild. Ich danke eigentlich die PP. Plus. Und da scheiße ich auf allen physischen Abwehr. Äh, ich glaube, das war alles, was ich machen wollte. Da ist die Folge nicht ganz voll, dann werden die Fragen ein bisschen kürzer, also die letzten drei sein. Äh, werdet ihr wohl wahrscheinlich gemerkt haben und das ist der Grund dafür. Ich habe kein Lust mehr. Der Tag war heute so ein bisschen, also der Tag war eigentlich jetzt so ein bisschen dahin geplatscht, also deswegen dachte ich, ja, ich nehme mir sowas auf, weil es ist ziemlich langweilig, heute. Und dann, dass ich in der eineinhalb Stunden, äh, in der ich aufnehme, geht mir jeder auf den Sack. Ist leider so. Ähm, ich habe geschweigert, ne? Ähm, Uhrzeit, ja, passt schon. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Ich habe mein Horn und würde sagen, bis demnächst. Ich bin rotz. Ich bin froh,